Kitzbühel und Tennis. Diese Verbindung ist legendär. Seit mittlerweile 71 Jahren werden in der Gamsstadt internationale Tennis-Turniere abgehalten. So auch diesen Sommer, wenn sich Anfang August die Tennis-Stars beim Generali Open Kitzbühel einstellig eingeben. Nach der erfolgreichen Rückkehr zur ATP World Tour vor vier Jahren, wird Kitzbühel auch 2015 wieder zum Schauplatz von Weltklasse Tennis gepaart mit einzigartigem Ambiente und traumhafter Alpenkulisse. Das Generali Open in Kitzbühel zählt zu einem der wichtigsten Sandplatzturniere in Europa. Für mich ist es ein besonderes Turnier. Kulisse, die Region, es ist einfach mal was anderes. Das Besondere ist eigentlich, wie man sich hier fühlt. Es ist alles so schön geregelt. Die Atmosphäre ist auch immer sehr gut hier und all diese Sachen zusammen macht es halt ein wunderschönes Turnier, um jedes Jahr zu spielen. Die Tennisbegeisterung kehrte 2014 endgültig wieder nach Kitzbühel zurück. Mehr als 40.000 begeisterte Tennis-Fans verfolgten im letzten Jahr die heiß umkämpften Partien live vor Ort und genossen die einmalige Atmosphäre rund um das Stadion. Auf der ganzen Welt verfolgten Millionen das Geschehen in Kitzbühel. Insgesamt wurde das Generali Open Kitzbühel in 63 Länder und vier Kontinente übertragen. Medien spielen eine große Rolle. Kein gutes, wirklich erfolgreiches Sportevent heutzutage kann ohne die Medien funktionieren. Da trifft sich einfach ein toller Event mit Medien, die aber auch begeistert mitmachen. Kurzum, die Erwartungen von Turnierdirektor Alex Antonitsch und seinem Team wurden mehr als übertroffen. Die Leute sind begeistert. Ich habe das auch internationalen Leuten hier gezeigt. Alle sind vollauf begeistert. Auch 2015 werden sich hochkarätige Spieler um die begehrte Kitzbüheler Trophäe und das Gesamtpreisgeld von mehr als 400.000 Euro reißen. Doch nicht allein der sportliche Reiz ist es, der seit Jahren die besten Tennisspieler der Welt in die Gamsstadt lockt, sondern vor allem der einzigartige Charme, die traumhafte Landschaft, die Gastfreundschaft und das umfangreiche Freizeitangebot rund um die legendärste Sportstadt der Alpen. Dieser Mix begeistert sowohl Sportler wie auch Zuschauer und beweist einmal mehr die Qualität des gemischten Doppels Kitzbühel und Tennis. Traumhaftes Wetter, traumhaftes Spiel, eigentlich richtig toll. Kitzbühel, einfach ein Traum. Ich würde es jedenfalls empfehlen. dir schon mal reifyst werden immer noch ein bisschenFE declare! Also, ich jetzt will es wirklich Weekenderール armored sehen, Und jetzt wollen ja coats haben jetzt irgendwie locker bis sich Magic성을 umge Situation. Vielen Dank.